Moin Leute und willkommen zu dem neuen Let's Play Leech of Legends. Heute dabei wieder der Ritty und der Skys. Yo, hallo. Ich spiel wie die letzten 10 Runden Pantheon im Jungle, weil es macht einfach noch fun. Man kann die Gegner trollen und ja. Ritty spielt. Wen spielt er? Ich spiel Siljan in der Mitte gegen eine Katharina. Er spielt Osama Bin Laden in der Mitte. Und Skys spielt Permastantarik. Auf der Top Play. Ey, hier ist normal. Ich hab Siljan eigentlich nur gepickt, weil er so viele Knock-ups gegen Katharina. Guck mal, Leona hat viel mehr Schild als sich umpackt in Break. Trotz endlich mit Level 1. Also. Das ist cool, Andy. Rashid schon wieder, sind Supporter wie letzte Runde. Die nehmen alle Ignite mit. Die Ignite ist jetzt neu. Exhaust. Genau. Macht 50. Es gibt. Und ich hab alles. Wenn du Ignite ist. Ja, Slow. Hattest du? Genau. Slow. Du healst dich damit. Du typisch dich an Tauern. Du warst. Du smitest. Das ist eigentlich echt hilfreich. Ja, aber echt. Du kannst den Barrel und Lutters smiten. Ich glaub den von 4000 haben. Es war noch nicht viel, aber. Das kann man sich mal machen. Ja, mit Level 1. 4000 Schaden mit Level 2. Fuck, ich hab mir 3 Pods gekauft. Weiter. Ich schaff jetzt. Nicht schlecht. Oh, das ist echt cool. Die Bombe. Nein, nein. Ich muss aber beladen. Ey, ich weiß noch gestern Jinx. Äh, Alter. Ja, los, mach Penta, mach Penta. Und er so, mach Penta, er glaubt alle Kills. Und er kommt 10. Ich hatte gerade mal 10. 11. 11. Wir alle mal 10. Ja, du so, jetzt kommt Penta. Jetzt kommt Penta. Ich schau doch noch auf. Dann geht auch, dann flasht er zum Badge-Rekord und macht die. Geh. Alter Schwede. Ja, komm wir in Waden mal. Wir wollen noch ein bisschen zu tun geben, sonst macht's keinen Spaß. Oh, komm her, Lola. Komm her, wo bist du? Hahaha. 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 Hat geflasht. Wow, 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 das sind ein bisschen viele, findet ihr nicht? Und das ist wirklich ein Stun geskillt. LOL. Radiert. LOL. Hab ich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Gneiß in der Midlane. Ich bin was. Perma-Stun. Nein. Oh, nein. Das war mies. Helm, ich hab mir gefällt. Katharina gefiedert. Kannst du dich stören? Ja, jetzt komm. Ich hab mich echt gehafter krackt. Boah, warte. Wir sollten nie wieder auf die Tür. Das ist doch nicht gelassen. Geht weg! Hey, ohne Witz, wir hätten niemals auf Anti hören sollen. Wir wollten doch noch... Großer Fehler, großer Fehler. Wir wollten nur ein bisschen... Ey, jetzt noch... Ja, ein bisschen Kills machen. Ja, 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 halt die Kräfte jetzt. Ey, ich hab mein Schild aufgeladen. Oh, kann ich noch ein Kill, warum nicht? Fahre mir die Lager mal richtig gut an. Der ist... Jetzt keinen Fall verpassen, bitte. Nein, wie soll ich Drag mit Level 1 machen, wenn mir mein Scheiß Team... Oh, dankeschön, danke, nice, nice. Ja, Andi hat diese... Liste Level 1 Punchion-Taktik. Ja, der hat schon gesehen. So, mein Double-Shield ist fast aufgeladen. Ein-Hit, deswegen kann ich jetzt... Ey, ich werde mir hundertprozentig die... Die holen. Das ist richtig witzig gegen Katharina. Und Katharina und Lee haben Kill. Alter, so muss es angefangen. Genau, meine Lane und dein Jungle-Hannes. Äh... Hannes! Hannes! Oh Gott. Komm her, Katharina, du bist doch so cool. Los! Komm her! Gut, Bombe! Und tschüss! Ja, ich hab mich... Also... Ich hab sehr viele LCI-Anfragen bekommen. Die meinten so... Ja, komm bitte, wir brauchen dich. So... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also... Es ist ganz heiß lacht, obwohl er dich noch nicht einmal kennt. Bist du so? Faktion. Aber ich so, nein, lass mal, dieses Mal mach ich diese Faker nicht fertig. Ist doch langweilig. Ja, aber echt. Nach der Zeit macht's keinen Spaß mehr. Drake! Ja, Drake! Ja, Vernerg. Ich nehme aber die Anfrage an. Übernehme, Gerne, Drake geklärt. Das, was ich meine, er macht den Break mit L1. Bombardier, die, Bombardier, die! Kommer! Kommer! Loll! 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 Ich hab' da schon mal dich, du schaust! Loll! 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 Also, ich hab' nicht genug vorne und die zweite Bombe! Loll! 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 das ist eigentlich eher aus Spaß gemeint. Das ist echt scheiße, mit ihm zu lassen. Nee, das ist, glaube ich, finde ich einer der einfachsten AP. Der hat seine Bombe, bombardiert die Minions. Genau, aber so eine Bombe kostet schon ein bisschen Mana am Anfang. Die kostet so ein bisschen Mana am Anfang. Die kostet so ein bisschen 90 Mana. Übertreib. Oh, Alter. Ah, Mann, denen sind... Das ist schädig, Junge. Das ist schädig, ne? Alter, der... Geh weg, geh weg, bitte geh weg. Lol, lol. Oh, schade. Roffel. Roffel, komm mal. Roffel zu sagen, das ist das Schmuck. Hey. Not, what? Charity Wint, don't the fuck? Ey, normal. Ja, stimmt. Steckst es, steckst es. Ja, ohne Schäden. Der Season 4, nur so, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Morbik und so sind echt lubig. Komm, komm ins Will. Ey, warte, wir warten jetzt auf den Gegnerischen genau. Töten den, halt. Prozent aber ich meine unten kosten 100 Mauer und ich habe erst überhaupt 100 Mauer Reiter für fünf Bord mal das Hammerbeladen hat nur drei Flugzeuge gebraucht ihr könnt ihr euch nicht nur an der Karte wird von geschlagen zu werden und so hat er nicht getötet jetzt habe ich mehr schaut. Das wäre zu langweilig. Schon wieder? Nee. Warte, wir Tower-Dive'n den gleich mit der Vier. Okay. Eigentlich zog ich nur mit Challenger. Wir Tower-Dive, Tower-Dive, Tower-Dive. Du spielst doch mit ein. Also. Okay, lass ihn, lass ihn. Der hat Angst. Lass ihn. Ich hab's bekommen. Ich bin, ähm, ja, ich hab... Lass dir mal Schaden von ihm machen, damit er glaubt, ich wär weg. Ich soll als erstes mitmachen? Kann ich gern machen. Er kann ihn nicht melden, aber er kann ihn Tower-Dive'n. Doch, doch, seine Minions pushen, Gott, er pusht. Der wird groß, der wird groß, der wird groß. Äh, Andi, er sieht dich. Ey, wow, Andi, und jetzt bist du nicht da. Und jetzt jumpst du nicht, oder so. Wow, Andi. Wow, ohne... Oh, nein. Dieser Jungler, oh mein Gott. Sorry. Dieser Jungler. Report. Report, nee. Er ist... Er ist... Er ist geboren zum Reporten. Ja. Ohne Witter, ja. Er steht... Er steht... Er hat mich abgelehnt. Ja, dieser Jungler, dieser Jungler. Und dann hab ich was weiß ich. Alter, der hat dich gesehen, also du warst nicht mal ein Bursch. Ich wusste, dass da Lee ist. Teleport, Harik. Ha, ich hab' überlebt. Peric, egal, ich... Im Late Game Carriage alles. Warum machst du so dumm? Oh, sorry Leute, Alter. Der Spaß ist mit 100 HP in den Tower reingehren. Hat's geklappt? So, jetzt fangen wir an, die Leute zu smile, die... Wenn ich mal hätte, wenn ich mal jetzt den ganzen Schaden auf die Gegner machen würde. Ja, genau. Das ist 5x2 mit einem Tank mit 10.000 Leben sofort zu kriegen. Oh, Botlanes Level 6, das heißt, ich brauch' mein Blu-Bass. Am Arsch brauchst du. Doch, what? Ja, what? Ja, what? Dann what enemy blue, what enemy blue, dann kriegst du den Gegnerischen. Warum sagst du nicht einfach... Wie sagst du einmal den Gegnerischen und dann den Enemy? Oh. Ja, ich hab' sagt, what? Ich bin gelingert. What enemy blue, what enemy blue. Was, dann kriegst du den Gegnerischen. Dann wirst du gekillt die letzte Runde. Ja, weißt du, Andi sagst so, hey, komm, holen wir den. Komm, easy. Tot. Der ist zu blöd zum Waden, kann ich ja nichts machen. Also ich hab' gewollt, Andi meinte, rein, da, rein, da, los, bevor sie merken, dass wir da sind. Ja, sorry, ich hab' vergessen zu smiten. Oh, Outplayed. Katharina, komm her. Die Fresse. Was wollen? Andi, du bist so schlecht, Andi. SS, Tariq, SS. Andi, du bist echt rassistisch. Kommt sein Blue auch irgendwann mal? Tariq, hör auf, top zu fokussieren. Bringt das so viel Spaß. Also, äh, nicht gut Job in der Mitte oder so, vielleicht? Nein? Okay. Sag ich mir. Okay, komm, wenn du Blue willst. Ein gut Job. GG. Hallo, Blue. Achso, ja, stimmt. Ja, ich komm schon. Aber ich hab' keine Ulti. Andi. Gott helf' ihm. Du wirst ihn jetzt... Wir werden... ...gleich gehen und ihn erstmal töten. Er folgt ihm. Er ist gewordet, oder? Er hat gewordet. Egal, komm, du kriegst ihn trotzdem. Du kriegst ihn... Tariq, hilf mal. Tariq, du kannst auch helfen. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. So, sag mal. Oh nein, ich bin so tot. Wow, Andi, komm, helfen. Ah, du bist so ein Bixer, oder? Ich helfe. Das ist unfassbar. Geh weg! Guck hier, Andi baitet und sieht, was ich meine. Tariq, hilf mal. Das ist der Hammer, ey. Alter, der kann der Perma-Sloan, oder so. Andi, du musst mal in den LTS-Baiter sein, ohne Witz. Kann der Perma-Sloan, dieser Ruf? Alter, Andi, Worte halt. Mhm. Ja? Musst du nachher wegzensieren, so. Wie? Man checkt dir auch nicht, dass er was gesagt hat. Oh nein. Es ist genug, dass mich nur sechs LTS-Teams wollen. Jetzt verkalkt die auch noch eine Melle. Gegen eine Karina. Bevor sie, die hat Double-Buff, keine Sorge. Hier. Ich dachte schon. Ich dachte, wir müssen nur Sorgen machen. Da lauft ein Blue-Buff rum. Wow, den krieg ich gleich, keine Sorge, Andi. Alter, Blue-Buff hat 28 Farm und 5 Kills. Oh, cool. Und der hat sich mit dem Red-Buff vereint. Warte, ich hab drei Tode. Wie soll ein Keele, Andi? Du scheiß Keele. Nein, das war halt, das war Bottlene. Das war Bottlene. Das war Bottlene. Das war Bottlene. Ja, genau, Bottlene. Nein, das ist Bottlene mit Levent. Ah, ja, stimmt. Tartig, kommt Top-Lane, LKS, helfen, 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 helfen. Auf einmal, ich hab' sie voll versprochen. Die weg, ich brauch' den Blue-Buff. Im Arsch. Ja, wow, genau, auch ein Blue-Buff, aber ich nicht. Jetzt hab' ich den Blue-Buff wieder. Nicht, dass das mit der Kata kommt nicht auf die Top-Lane und Kippe ich beide nicht. Ich hoffe, es ist wichtig. Und man wird an den Leuten nach der Kata noch ein Gerät, die man auch nicht. Na, das war halt. Da hat die Waffe. Komm, die Hörson-Buff. Und Blutdürste auch, äh... Wow, kommt in die Mitte Wissensperrungen. Minion. Nein, die kommt auf die Bot Lane. Die kommt auf die Bot Lane. Boah, dieses Idiot. Er macht schon wieder Dragon. Geh, geh. Lass mich, ich bin Level 7. Das wäre jetzt normal, dass man zu 4 Dragon war. Alter, das ist echt geil, pack dich mit den Puncher. Wir hatten einfach mal in der 10. Minute. Katakompte. Katakompte? Welche Katakompte? Katakompte. Will mir jemand helfen? Ne. Was meinst du damit? Das ist das. Hilfe, das Wort Bortschatz. Das gibt es nicht in meinem Bortschatz. Es gibt nur, ja, ich nehme die Einladung an. Ha! Ha! Ich habe überlebt. Haben wir den Dreck bekommen? Töte den oder ich bringe euch alle um. Nein, ich bin jetzt am Arsch. Ich habe euch alle getötet, wenn der Dreck nicht getötet worden wäre. Ich mache das schon. Oh, wir haben den Dreck nicht mal ge... Oh, ne, ich bringe euch alle um, wir haben den Dreck nicht bekommen. Nein, die weg! Ach du! Fucken, ich habe den hier bekommen. Hat er sich geflasht oder sei denn wer? Ey. Was, 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 den kriege ich noch, den kriege ich noch. Den hole ich mir. Mach Doppelbombe. Ne, der wird nicht tot. Ich bin auf der Top-Land. Ich glaube, ich fuck ihn nicht. Das laut nicht Per war und ist Level 9. Und was, ja, dann geh nicht hin, geh nicht hin. Andi, warum willst du überhaupt noch... Lol. Hey, kann es sein, dass die Hilfe braucht? Nein, okay. Ich wollte doch gar nicht helfen. Das war nur ein witziger Zeitpunkt warten. Die Bombe. Wenn er mich exhaustet und mein Blue weg ist. Ui! Was soll das? Das ist der zweite Lag in 30 Sekunden. Luschen, Alter, ich habe doch die Bombe drauf. Geht die wieder rein. Aber um die Kill zu bekommen. So ein Kill, Alter. Ja, wir tun mal so, als ob wir dich nicht gehört haben. So Kill, geil. Nein, das ist aber echt dumm, was man macht. Er hat es auch gesehen, ich habe eine Bombe draufgelegt. Er hätte es auch überleben können und abbauen können. Anstatt einfach mal reinzugehen und zu sterben. Gehst du wieder Top-Land? Lauf zu mir. Ja, du sollst nicht gestunnt. Also hier, ich könnte den schlechtesten Siehler an EU-Westen sehen. Ja, du bist schon mal tot. Und er war hier an jedem Blue-Buff beteiligt. An die denn. Am zweiten von den Gegnern war er da. An die ich nicht bekomme. Weil er sagt, komm, Tarek, hilf uns. Tarek ist noch gestorben. Dann bin ich noch zurückgegangen. Komm, wir fighten die. Andi, fighten wir sie noch mal. Ah, Blut raus. Ich wollte mir wieder mein Skills klappen. Wollt ihr, so renn mir die was allen. Die rennt, ey, Spaß dran, wir immer noch hinterher. Ich play Timo als ein Ward. Oh nee, der ist... Äh, Andi, das war nicht abgesprochen. Nee. Mein Lack. Perma-Lack. Genau, Alter. Genau. Ich lange kommt mit der Fläch im Double-Pail. Echt? Oh, sorry. So, okay, den ersten habe ich den gesteilt. Den ersten? Den ersten? Ja, den ersten. Ey, wir sind ein Fahna-Putz. Ach du Kacke. Ich wollte ja gerade ping SS-Listen. Komm einfach um die Minions rum. Nächste Bombe, nächste Bombe. Andi, du hast ja geportet, was kannst du mir glauben. Drei, fünf, sieben, zwei. Kämmer. Kämmer. Ja, Sensei, das stimmt. Sensei. Sensei. Allwissen, der Loll-Spieler. Ich steh drei, fünf. Und das ist so schlecht. Wir tower-diven ihn, der kriegt gleich noch seine 2000-Leben-Ex. Was ist ein richtiger Boss? Hilf mir, Tarek! Hilf mir! Ja. Unser Tarek ist der richtige Boss. Komm noch raus. Komm und die anderen nicht. Es ist schon die anderen, der wieder schon hier. Das ist unfassbar. Nö, ich überlege wieder mit zehn HP. Ich glaub, die geht nicht. Hat er braucht dieser Frosthandschuhe, die sind so geil auf Tarek. Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. Der vorhin genau sagt, Tarek Noob Jamf. Ah, doch. Die kriegst du, wenn du den nicht kriegst, tötig dich. Den kriegst du auch. Wenn du den nicht bekommen hättest, würde ich dich töten und den nie wieder ein Killer. Rest ist doch. Dem lass ich... Dem lass ich Kills. Dem lass ich Kills. Ja, merk ich mir, merk ich mir. Dir nicht, weil du keine Leona gepickt hast. Konnte ich nicht, die hat doch gepickt davor. Deswegen bist du reported. Ok, Kata ist tot. Was macht Kata für eine Kacke? Ich hab 500 Leben, die geht in mich rein und verreckt. Wir klauen jetzt Richtig. Wir klauen jetzt Richtig. Wir klauen jetzt Richtig. Nein, 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 Andi, nein, geh. Weg, komm, ich mach's sogar schneller. Von sich. Der macht mir keinen Schaden. Wir sind Tower machen. Sollen wir Tower Diven? Na, man muss sich fahren mit Silian. Tower Diven, ja klar, mach. Die Ulti, du stirbst nicht. Ich glaub, die Ulti war unnötig. Die Ulti hab die gar nicht geultet. Insgeheim wollte ich dich ja nicht sterben lassen, weil du wieder einen Kick geklaut hast. Wieder klaut doch ein Kill. Ob ich wieder einen Kill bekam? Nein, ich tu nur so. Ah, ok, ich dachte ich hab den Kill bekommen. Ja, nee, ist ja auch, man. Ich brauche Kills. Ich spiele so was dummes in der Mitte. Da brauche ich wenigstens paar Kills. Oh scheiße, ich verreck hier. Ah, wow. Mach die Kill dann, verreckter. Das ist, das ist ein Main-Jungler. Merkt man sofort. Unser Terry pushed like a... Alter. Der Typ hat echt Angst vor... SS! Nö, 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 nö. Oh, ich bin gottgleich. Ach, bist du... ach, bist gottgleich in kein Essen? Richtig, Andy. Ey, glaubst du, ich fack Drake, ich hab halt keinen Mana. Glaubst du, glaubst du, du lebst doch lang, Andy? SS, mit Lebe. Nö, 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 nö. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann. Ich kann. Loll. Oh, die Stelle, warte. Ich hab nicht recht gemacht, jetzt los. Oh, die König! Oh. Mich tötet keiner, ich bleib Gott leicht. besitzen der Typ ist gestorben er ist gestorben weil er grieber weil er grieber und er hat keinen Bock drauf hinterher zu laufen verreckt doch Junge ja ich glaub der Droll kann das sein nein er ist abgehauen abegi hauen abegi hauen unser Territ ist nicht hier aber RAPE guck was du für items kauft und er macht trotzdem fertig Alter das Voltegen macht mehr schaden als ich SSSS jeder macht mehr schaden als du bloß du machst es an einem richtigen Zeitpunkt du wirst du ganz komisch die Chills bekommst Tariq kannst du toppen hey will ich jetzt Blue nicht bekommen dann reiß ich dich auf ja komm Top lane nicht bot lane dann hilf mir erstmal Blue ach so die machen die von Drake oh es ist doch scheiße da Drake's worth egal machen wir Drake wir brauchen Hilfe oh ihr braucht keine Hilfe guck mal ihr macht zu zweit ja ich hab ihm mein Ulti gegeben ist doch voll youthvoll jetzt noch auch nicht BOOM der Klasse ist alle gegen die Wand lol weiter weiter er überlebt nicht kann es vergessen nein ich bekomme den Spaß nicht mehr wahrscheinlich durch einen Töte Leute durch seinen Busch stehen geblieben und er dachte ich verfolge ihn nicht mehr nur weil ich einen anderen Weg genommen bin wow die lernen du kommst Blubaff oder du kriegst ihn nicht du bekommst Blubaff oder du kriegst ihn nicht und er macht ihn jetzt gleich ja wenn du ihn machst dann wie soll ich sagen komm ich zu dir nach Hause und dann spiel Rabauke ähm Leute Der Derrick wird gerade richtig gelasert Terrick uiing Love Derrick love holen wir uns enemy blue zuerst der score ist ganz zu gut ja ziel dann wenn du tot bist kann ich dir auch kein Blut ja ich komm doch gerade ach den blue die macht doch einfach schnell wenn unsere Blut den wir nicht bekommen hast du unseren Blue gemacht Geh weg Tari der will den Blue für sich alleine Rein Tari renn helf mir Blue machen helf mir Blue machen geh doch rauf so Junge wie denn ging so ein Fettzeug doch nicht natürlich ich geh nicht selber drauf geht aber schlecht nur ja ja und jetzt steht doch sowieso das hat sich an die Niederwitz ist aber so schlimm die standen gerade noch da unten auf der Map dieser Lucien der hat mal diesen Drake die macht den Drake also die kriegen den Drake eh ja und von dem Mann die kriegen den Drake eh nicht die Hälfte Pantheon was macht ihr alle was macht ihr alle komm hier und den nächsten und bei dir ihn wohl ich krieg mir Kirch Cutter kommt Cutter kommt Cutter kommt hä er hat einfach mal ne ich hab's abgeblockt what eine ganze Bombe ist gar nicht auf demnächst logiert und du hast Cooldown Zillia hat kein Skill und trotzdem kann Rashid ihn nicht spielen hast du kein Skill was die Schöße ist mit ihm überhaupt die Danyface zu überleben der einfach wieder Dingssacken soll Pantheon ja wow an die good job ist cool oh oh Free Drake oh ja hilf ihm auch noch oh wieso ups ups ich wollte Cutterswein ich wollte Cutterswein ich wollte Cutterswein ups das kommt davon wer mein Taschenkopf hier hat hallo heb mich mal auf ich lieg da so pervers am Boden hallo die soll mal Grave seine hässliche Attacke im Nerven wo er jede Sekunde flaschen kann alter oh fuck nein das ist doch kein Flash das ist ein Dash ja ein Dash gesagt alter wieviel Schaden machst du Taric das ist doch pervers Taric geh weg der wird fett das war ja und entgegen ich bin auch noch morgen das ist nicht so dass wir uns sind das ist nicht da aber ich war zuerst in dem war er kann zu mir ganz zu mir getrofft abgelaufen wo kommt das dritter kommt der Kornilgut zu mir und zu mir ist was die Frau hier ist jetzt auch in einer Wächter die Krieg der Bauer und und eine Kuh Ja, jetzt ist der Ton! Was macht die Bot-Lane da? Wieso pushen die Weiße? Stop! 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 Blame! Blame, Reki! Dieser scheiß Bot-Lane! Stop Blame! Also der Lushin ist im Leben angekommen! Er bohrt Leica Season 3! Alter, nein, Lushin! Ich glaube nicht, dass der Lushin war doch nicht mal Season 3 noch nicht mal draußen, oder? Warte mal, warte mal! Doch doch, oder? Doch, er war auf Season 3 draußen! Er war auf Season 3 draußen! Null Attack Speed, das müsst ihr euch mal bringen! Ey, der macht meinen Red Buff! Red Buff! Ich hol dir meinen Red Buff! Oh ne, der ist schon weg! Wollt ihr abbrechen! Ich hab mich entschieden, dass ich deinen Red Buff holen! Oh, schade! Ja, ich hab auch gemerkt, dass er weg ist! Ich wollte ihn hier gar nicht spielen! Dürre! Na du schön! Alter, ich mach ne Cure des Dinges weg! Weg! Also! Er hat ja nur 2800 Leben oder so! Okay! Natürlich, erst meinte Team! Ja! Das muss man lernen! Die Kills! Oh, warte! Die Kills mal abzugeben! Ey, ich glaub, das macht keinen Spaß mehr, jedes Mal mit 10 AP zu überleben! Jetzt 200, aber trotzdem! The Tower! Oh, warte! Ich hab ein Standbild! Gekreis! Ich liebe Standbild! Ich hab mein Red Buff wieder! Gut, jetzt schau, wie ich fällt! Schau, wie ich fällt! Warte, warte, warte! Warte, warte! Das muss ich sehen! Warte! Was? Du hast doch da gestumpt! Seit wann kein Ziel ernst dann? Mach doch den Tower! Das war ja richtig Scheiße! Ich dachte, ich hab meine Ulti hat auf mich aktiviert! Hä, wer hat mich grad 5000 geheilt? Ich! Ah, wir haben Permastan-Team! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Tschüss, Garrick! Geh hauft! Weißt du, die feiten noch! Was? Lol! Der war echt nicht schlecht! Und noch ne Ulti! Und ein E- Wieso? Wieso lässt er ihn zu mir jump, Mr. Behindert? Malo! Das war so schlecht von dir! Andi, du bist so bad! Ja, ich wär eh gestorben, so hab ich ihm noch Damage gemacht! 13-6! Alter, dieser Jugner ohne Witz! Gibt's keine Blue-Wasser? Dann klaust er jeden Fall! Den Blue-Wasser kriegst du nicht, du bist Cillia! Er braucht keinen Blue-Wasser! Und tschüss! Cillia, komm! Ja, ich hab keinen Assist bekommen! Geh weg! Der macht den eh und du bist weg! Ah! Ah! Kein Taster! No! I remember it! I remember it! Ah! Du kannst so bald hier! Ja, nein! Lol! Ich will mich einfach nicht angreifen, wenn ich ein Ulti bin! Willst du jetzt den Blue-Wasser nicht? Guck mal! Futter ist low! Das war so bad! Oh! Oh! Nein! Keine Angst! Andi hat den Kill! Erste Kill! Erste Kill-Cue! Erste Kill-Cue! machen. Hör mal auf, Damage zu machen. Ups. LOL, meine Ki-Hot 700. Halt die Fresse, halt die Fresse, Andi. Komm, du kriegst unseren Blubow. Hey, Leute. Hier kein Blubow mehr. Ja, ich komme. Oh, what? Flash. Nein, ich renn lieber wer. Die sagt Flash am Ende. Was? Andi. Lowlife-Action. Forward. Okay, allein der Fall. Die können machen, was die wollen. Ich komme jetzt den Gegner schon Blubow an. Nein, an dem komme ich jetzt, ne? Der ist nicht da. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich also verraten, oder? Reste dran. Andi, da rein, da rein, da rein, lass dich. Komm. Warte, warte, warte. Harte, warte. Nein. Deiner. Die renn lieber hinterher. Lassen wir dich in Ruhe. Ich komme. Ach, komm. Warum ist man dich so angestunt? Ich will. Oh, Gott. Ja, tschüss Andi. Alter, Permastan, ich konnte nicht springen. Du kannst es nicht machen, Alter. Die sind zu fünft auf das Raum gegangen. Ich komme jetzt... Ich komme jetzt... Ich komme jetzt noch ein bisschen Schaden. Ich komme mit Dornpanzern, damit die sich selber Schaden machen. auch viel sicher wird aber nicht mehr was macht dieser ziel jetzt bist du grad nicht da perfekt timing was weiß grüß das weiß grüß was er damals abgezogen hat das war jetzt echt wie immer dieser tarik er pusht bot der dann statt uns zu helfen was halte feste alter du willst sowieso nicht also da du ich also ich habe mir dann top lane farm gegönnt mit lane SS nein meine team macht immer noch zu viel dämmen aber ich habe 20 nein wir haben die ohne scheiß hat das ist manchmal auch den gedreht oder so ein scheiß meint es hier mal den kleinen ühren geistert oder ich habe was gefunden Nein, der ist weg. Ich konnte ihn nicht töten. Helft mir. Die Gegner kommen von oben. Geht weg. Habe ich sicher. Jetzt räumt er. Oh, danke schön. Danke schön. Rashid. Ja, ich hab gefeiert. Wieso? Die haben wieder den Drake. Oh oh. Hier sollst du einfach reinjumpen sollen. Tarizia war da. Nicht surrender hier. Ich hab grad gelesen, dass Verbindet jemand mit V1 für eine Aufgabe gespielt. Ich glaub, du sollst einfach nur im Team fighten. Wie kommst du darauf, du, Bro? Haben die Barrel-Buff oder so? Nein. Nichts. Haben die ja nicht grad eben gemacht oder so? Da ist jemand, hilf mir mal. Haben die mit dir zu spielen? Das ist ungesund. Ich hab' ne Stadtbüscher. Und hier ist perfect timing, ja. Hey, wieso? Werde ich gefeiert? Ja, jetzt. Jetzt geht's wieder. Ich hab' irgendwie Schaden bekommen. Von wem? Von Gnag, 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 Gnag. Gnag, Gnag, Gnag. Lol. Er ist verdammt riesig. Okay. Hey Leute. Crash. Nein. Dance party, dance party. Lass mich tanzen. Ich hör' dir an, wenn du mich jetzt tötest. Dankeschön. Wuuuui. Alter, das war so bad, alter. Ich hab' dich gerettet. Ich hab' dich gerettet. Ich hab' dich gerettet. Lass' ihn, ey. Nixer kill. Ja, du, ist okay. Du darfst, wenn du schon Klaus bist, das so P1 gegen 5 kommt. Ich hör's dir, wenn er so oft Klaus. Was sind solche Spieler, die einfach die 0 wissen? Null überläuft. Ne, das ist aber, ey. Ich find' das passt. Nein, es passt eben nicht, weil Freunde, er hätte jetzt einen Tod sparen können, wenn man gerade den Kilder gelassen hätte. Jaja, stimmt. Jetzt, ich glaub, eben hätte mir auch den Kill lassen können, weil ich jetzt eigentlich shoppen könnte, weil ich genug Gold hatte. Aber nein, mir fehlt das ein bisschen Dolch wie mein Icon. Ich glaub, ich soll da auch jetzt... Oh, da ist mein Bluber. Ich finde, jetzt hast du bitte geklaut. Ich hab, ich hab noch eine Sist. Ratchet, willst du den Blue? Nein, deine Kuh macht doch 700 Schaden. Okay, dann nicht. Doch, ich schwör, wenn du jetzt nicht Blue abgibst. Ja, du hast gesagt, nö, nö. Alter. Alle standen sie da, ne, diese Huren. Das ist nur ein Beruf, ja, ich bitte dich. Ja, stimmt. Komm, ich hab noch nicht mal mehr Smite. Jetzt auch. Ah, Alter, nein, ich mach Damage. Oh, Alter, ich mach Damage, wenn ich neben dem Blue abstehe. Ich hab schon Angst. Okay, Report. Reporter. Jetzt geh weg, jetzt geh weg, die Kommune von der Seite und wollen uns jetzt töten. Fischkaufs. Meinem. Das ist ja Farbenklaut in der Mitte, warum nicht? Wow, ich glaub wir wollen den Kill, oder? Okay. Ey. Also, das ist jetzt bisschen greedy. Ich glaub meine E macht auch zu viel Schaden. Ich brauch auch so... Eine Bombe. 1,53 Barrel-Up. Ich brauch auch einen Blue-Buff. Ja. Äh, wir sind vier gegen fünf. Tarek, 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 Tarek. Nein. Nein. Schau mal die Worte, Lucian. Was? Lucian weiß nicht, wenn du ihn verantwortest. Ich überfordere ihn doch nicht, Mann. Wow, Andi. Danke. Klack dich doch alle zu mir. Ich bist doch A. Warum flährst du? Ich weiß nicht mehr, war langweilig. Kommt ihr! Rein, 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 rein! Hm, Spitz. Geh mal Einsatz, ohne Scheiß. Wieso hast du deine Ulti nicht eingesetzt? Boah, das konnte ich ja nicht, war permanent gestumpt. Wie, wenn du gestumpt? Also Andi, wenn ich sage rein, dann geh einfach rein, weil ich habe Ulti, hätten die einfach fighten können. Wenn... Hätten die jetzt alle richtig halbbumsen können. Mach mal die Calls! Mann. 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 ja an die stolz ja doch was du schalte du ab siehst ja ich glaube ich muss zur schule jetzt was haben wir jetzt ja deutsche und film von da ich weiß zwar nicht in welchem raum weil wir vertreten haben kein wort auf meine deutsch und lehrer dieser luschen will mir nichts lassen wir sind auch gott nein mit 1 xp zu level 18 sorry 2 xp ich bin level 18 soll ich meine e oder meine w-skillen das habe ich keinen sinn ich habe dir geholfen amarsch so was du noch glauben was erwartet und auch dass sie nicht schauen und die dritte sind ruhig unsere einzig denn geht schon zwar egal ich habe ihn mit sie könnten und dort zweiter drückung von und das war mit level 1 break machen konnte ja ich habe ja auf jeden Fall ein Fittmann das war so Klo und Bären geht weg, geht weg in Wettbewerb No, fight, 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 fight Road one Los Dat Flash Nimm Baren Nimm Baren Die haben die Warden, ihr Spaß Die werden so sterben, die werden so was und sterben, man Datte, ich warte kurz auch, man Hey, geht da raus Geht da raus, man, geht einfach da raus Oh, nice, nice Oh, wer hab ich den? Ähm Bitte, bitte Wenn er wär gestorben, hätt ich noch What the fuck Was macht dieses Team? Ich hätt ich ist dann eines Ja, Tarek ist hier, zum ersten Mal schlau Nein, Tarek, geht da weg, Tarek Er verwandelt sich zu einer Missgeburt Ähm, Wortwahl Was ist das? Feite ihn Gib ihm Gib ihm Annal, gib ihm Annal, er steht drauf Wortwahl Guck mal, ich sag Tarek, das ist der Rape, alles weg, ohne Scherz Alles, alles, nur Ich verkaufe Null Damage Items Aber macht dir, einen macht dir auf ein Baum Ich hab meine Schuhe verkauft, weil ich mir die Weißchen geholt habe, hab ich gerade so gemerkt Und ich hab, 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 ich hab die Schuhe vergessen Ja, okay, jetzt schaut euch diesen Ziel an, er hat noch kein Stundenglas Und du brauchst du das Guck mal mein Schild an Oh, ich hab Speed für die Schuhe vergessen Ich schicke ich eigentlich, äh, 20% Ey, machen wir, komm, wir machen Barron, wir machen Barron, wir machen Barron Äh Ich engage, soll ich? Ringer, aus dem Gate, hast du Barron, was du Drake? Soll ich mich jetzt gemacht? Andi Da ist Leona und Katharina und Wir haben eine Engage Ulti, Mann, wir haben eine Engage Ulti Ich wollt den Kill Los Barron jetzt Egal, ich hab meine Ulti, ey, ich glaub, wir werden gepusht Ey, ich darf schon, ich darf schon Andi, du hast einen Mind, Mann, du, ich helf denen Okay Okay Können wir nicht so rennen, ich hab gar nicht, ich muss noch zur Schule laufen, jetzt kommt kein Ursprung Oh nein, wir sind so rennen jetzt nicht mehr Pfff, du hast einen Sturm, weil du Barron gemacht hast Ja, auf ihn Er stirbt sowieso Ups Äh Was, wir können, wir können den auch killen Los da Hallo, def doch mal lieber Ja, du musst doch eh gleich in die Schule, das macht keinen Sinn Dann surrender Ja, mach slow, Alter, ich slow die ganze Zeit Und ich hab einen Red Buff Ich bin tot Du flasht jetzt auch, Mann, oh wow Wie viel Schaden hast du mit dir jetzt gemacht? Leute, könnt euch mal beeilen Okay, fünf Minuten, ne, da sind die jetzt alle in die Base und denen, und pushen die Ja, okay, okay, okay 40 Sekunden Tarek geh mal back und heal dich Tarek Tarek ist der einzigste mit nem Buff Ah, ich bin gut Du bist gut Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist, du bist scheiße Und das ist noch untertrieben Warte auf deinem Weißt was Weißt was Ich kauf mir jetzt Kauft euch Ports Da ist der letzte Teamfight sein Weil, weil ich da Nein, ich hab jetzt meinen Weg gekauft Ich hab mir diese Ports Ich bin zu arm Ich bin, weil ich groß bin Ich bin, ich bin Spartacus Es gibt ja gar nicht Spartacus Einmal Warte auf mich und Zyrian Leute, seid ihr völlig geistlich behindert Ja, fokussiert den Supporter Guck, du hast jetzt nicht hier auch Support gemacht Warum nicht? Stand in! Gut, gut gefeiert, Jungs, gut gefeiert Tarek, Tarek, töt ihn Guck, wie groß du bist, du musst ihn doch töten können Nein 3 vor 1 Strat ist 3, das ist doch gut. 4, oh, what? Dacht ihr das wirklich nicht getroffen? 5 vor 1. Lauf hier im Kreis, Lauf hier im Kreis, bitte. Ah, nö. Oh, der wird noch wieder, die kriegen den nicht, nö. Ja, ich hab ein bisschen Zeit geschindet. Ja, das war's glaube ich. Ach Quatsch. Reportet alle Trash 016. Ne, ohne Fett, Alter, Andi, diese Runde reporte ich dich. Mit Video-Weiß. 1317 Report. What Trash at. Ich hab gerade gemerkt, ich hab das jetzt nicht aufgenommen. Yay. Wir sind so geil. Ja, Lucien, fighten die Lucien, das ist eine gute Idee. Laser of Doom. Leute, Leute, spenden, spenden. Ja, gut job. Lass spenden, TP-Taric. Nix da, nix da. Gut, so gewinnt man ein Game. Lasst die Gegner denken, dass die gewinnen können und dann... Und dann genommen, bumm. Tolle Pulle da heben. Hey, Leute. Ja, egal, ich hab eh keinen Bock auf Deutsch. Ich sag, ich hab verschlafen. Wir hatten zwar die ersten zwei Stunden frei. Nein. Oh, can we go? Can we group? Was ist group, Alter? Ich kenn das nicht. Mein Englisch ist over 9000. Mein Englisch ist not the yellow, the yellow. Oh, ich hab ne Sportentschuldigung von meiner Mann bekommen. Find ich nett. Und jetzt tut mir leid, dass du Sport machen musst. Haha, Sport entschuldigung. Entschuldigung. Mach den Dragoon! Der wird schnell weg, Alter. Wenn ihr schnaßt. Deine Mutter. Nein, meine Mutter. Hey, holen wir, müssen wir spenden. Lissin ist der einzige Tod. Oh, wow, unser Pantheon. Dieser Pantheon. Jetzt einmal will mal gewinnen. Dann kommt er. Ja, wollte mal. Schaden hab ich, oder? Ja, ich wollte sehen. Du kannst beenden. Andi, du holst es jetzt gleich hier rein, ne? 20 Sekunden noch. Versuch, wenigstens in zwei Toren zu holen. Oh Gott, Standbild. Geht weg. Nein, du kommst ja schon. Mit Dickenheit. Oh, ich hab hier schon gefrascht. Komm, 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 komm. Oh, wow, wow. Nur noch der lebt. Nur noch Lissin, komm. Den kriegt den. Ach, warte. Warte, 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 warte. Ja, Luschen. Luschen. Der schreibt... ... ... ... ... ... ... Die. So interessant hast es gar nicht jemand irgendwie gesagt hat. ام